Zuckabooka! Und heute gibt es vorneweg auch wieder Lifefix. Blume und der Brille. So, ich muss hier einmal die Blumen in diese Hand geben und die Brille in die andere Hand. Und ja, Freunde, es klappt! Es werden einfach Crumpets hergezaubert. Also schau mal, hier ist ein Tierchen, so ein kleines Crumpet. Hey, Leute, was geht? Claudio hier mit? Niemandem. Denn, Freunde... Warte, warum habe ich die Kopfwehre auf? Freunde, heute befinde ich mich in Zuckabooka! Und, Freunde, heute befinde ich mich in einer besonderen Stadt. Heute befinde ich mich in einer Tanzstadt. Und heute gibt es vorneweg auch wieder Lifefix. Und ich muss sagen, heute gibt es ziemlich coole Lifefix. Und zwar geht es heute um die kleinen Tierchen, und zwar um die Crumpets. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Crumpets. Heute geht es um die kleinen Tierchen. Und das Ganze wird nur in der Tanzstadt stattfinden. Und wir können schon mal zu der Person gehen, um die es heute, die sich drehen wird. Und zwar die Person, die uns heute die schönen Crumpets beschaffen wird, ist die nette Nari. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen wurde, aber ich glaube, Nari oder Nari heißt sie auf jeden Fall. Also heute geht es um die Nari. Und das ist diese liebe Person hier. Die Person beschafft uns heute ganz viele Crumpets. Und wie das Ganze stattfindet, das seht ihr jetzt. Und zwar gehen wir dafür als erstes in den Supermarkt. Nicht wundern, ich habe hier links meine Notizen auf, damit ich auch wirklich immer verfolgen kann und schauen kann, wo ich hin muss. So, wir gehen als erstes in den Supermarkt. Der Supermarkt findet sich hier in der Mitte. Und wir brauchen eine ganze Menge. So, wir brauchen jetzt ganz, ganz viel, was wir kaufen müssen oder einkaufen müssen. So. Wow. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich wirklich auf das Video. So, ich würde sagen... Komm, weißt du was? Er sieht doch ein bisschen aus wie Claudio. Komm. So, du nimmst dir erstmal so einen Beutel mit, mein Freund. Und wir gucken jetzt, was du alles mitnehmen kannst. Und zwar, Freunde, brauchen wir auf jeden Fall Pizza. So, dann brauchen wir noch zu der Pizza Klopapier. Also eine Klorolle brauchen wir noch. Die nehmen wir mit. Dann brauchen wir Zofu, was hier unten ist. Die kommt auch da rein. Dann brauchen wir eine Karotze. Ein Baguettebrötchen. Dann brauchen wir tatsächlich noch dieses Heft hier oben. Da, das mit dem Band. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, das ist ganz wichtig. Alles klar. Und hier im Laden, ich schaue mich, also ich schaue mich noch eben um. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre es erstmal aus diesem Laden hier. Also diese Sachen müssen wir aus diesem Laden mitnehmen. So, ich gucke nochmal richtig. Nö, das wäre es tatsächlich. Also die Sachen brauche ich dafür. Ja, Pizza, Klopapier, Tofu, Karotte, Baguette und ein Heft. Okay, haben wir alles. Dann gehen wir weiter, Freunde. So, dann kommst du hier. Ach, Mann. Dann kommst du hier wieder rein. So, komm, Claudio. Wir müssen hier weg. Komm, Claudio Mini. Wir müssen hier weg. Und wir gehen zum nächsten Laden. So, Freunde. Dann müssen wir zum Friseur. Und den Friseur erkennt man eigentlich ganz gut hier in der Tanzstadt. Und zwar ganz links hier mit der riesigen Schere. Da brauchen wir tatsächlich auch nur einen Gegenstand. So, den schauen wir mal, ob den Claudio Junior mit sich tragen kann. Ich hoffe es doch. Könnte es gar nicht glauben, wie sehr ich mich darauf freue. Also ich liebe generell ja Tokabuka. Also ich muss auch sagen, ich bin ein echter. Also ich fuchse mich immer mehr und mehr in Tokabuka rein. Und, Freunde. Wenn ihr vor allem wollt, Freunde. Es gibt so ein cooles Fan-Wikipedia. Da kann man nachlesen, wie die einzelnen Charakteren so heißen. Und was so ihre Besonderheiten sind. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und das mache ich dann. Oder das machen wir eher gesagt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich auch noch damit beschäftigen soll. Im Friseurladen. Ja, hallo. Nee, ich bereuchte keine Frisur tatsächlich. Ich bräuchte nur eine Rose. Ja, das Geld bringe ich Ihnen dann beim nächsten Mal mit. Jetzt bloß schnell raus hier, bevor der Friseur mich rausschmeißt. So, ganz schnell raus hier. Ganz schnell raus hier. Freunde, beim Friseurland haben wir nur eine Rose gebraucht. Wir gehen weiter zum Gaming-Haus, nenne ich das Ganze. Das ist zwar kein Gaming-Haus, aber wir gehen mal hier ganz rechts, seht ihr schon. Wir gehen in dieses Haus hier rein. Das ist einfach so ein Apartment. Und dort brauchen wir ein paar Kleinigkeiten noch. Ich zeige euch jetzt welche. So. Hier im kleinen Apartment oder im Gaming-Raum nenne ich das Ganze. Weil es sieht doch schon aus wie ein Gaming-Raum. Oder, Freunde? Es sieht doch schon aus wie ein Gaming-Raum. So, in diesem Gaming-Raum bräuchte ich einmal, seht ihr das hier drüben? Also, wenn die junge Dame ein bisschen zur Seite geht, dann sehen wir hier drüben so einen goldenen Taufen, glaube ich. Nennen wir das einfach mal. Ja. So, dann gehen wir die Treppe hier hoch. So, da oben angekommen. Sehen wir, hier ist noch so ein Oktopus. Den Oktopus brauchen wir noch. Und, Freunde, wir brauchen tatsächlich noch das Bildchen mit der roten Brille. Sieht auch ein bisschen aus wie Claudio, als ich damals noch Brille getragen habe, oder? So, das brauchen wir auch noch so. Aber wie tragen wir das denn jetzt mit? Oh, das können wir nicht mehr tragen. Dann muss jemand anders noch. Ja, so. Wer kriegt das in die Hand? Hier, komm, du hast eine Schere da und kriegst noch ein Buch in die Hand. So. So, das wären noch die Sachen, die wir tatsächlich aus dem Apartment hier brauchen. So, Freunde. Und dann müssen wir noch zu einem weiteren Ort hingehen. Und zu dem Ort gehen wir jetzt. Freunde, wie der Ort jetzt heißt und ob ich den überhaupt wiederfinde, ist jetzt die Frage. Ach, hier unten. Das sieht aus wie so ein Postladen, oder? So wie so ein Postladen, Versandladen. Wie so ein Versandhaus, glaube ich, nennt man das. So ein Versandhaus. Ich glaube, wir gehen jetzt zum Versandhaus oder zur Post einfach. Bei der Post angekommen, so, brauchen wir nur eine Sache. Und zwar, zeige ich euch die mal. So, die Schere kann da nicht weg. Die Schere kann eigentlich, kann der Oktopus hier nehmen. So, und zwar, im Versandhaus brauchen wir nur eine Sache. So, komm mal mit raus hier. Und zwar, die Pflanze brauchen wir nur. So, die Pflanze nehmen wir uns mal. Die Pflanze kommt hier rein. So, und somit hätten wir alles, was wir brauchen. Und wir gehen rüber zu Nari. Und ihr werdet jetzt sehen, was und vor allem, wie wir Crumpets bekommen können. So, und jetzt gehen wir natürlich zu Nari. Die ist hier unten links bei der süßen Katze hier oben. Da gehen wir jetzt hin. Und Freunde, glaubt es mir, es wird cool. Jetzt könnt ihr wirklich einen sehr, 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 sehr coolen Live-Back sehen. Und der ist richtig, richtig cool. Denn wir kriegen jetzt Crumpets, also gratis Crumpets her. Oder kleine Tierchen. Und zwar holen wir jetzt erstmal Claudio Jr. raus. Und das ist, keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht, das ist irgendjemand. So, dafür brauchen wir nur die Sachen hier. So, wir tun jetzt die Utensilien. Die Utensilien lagern wir jetzt mal hier alle. So, schaut mal, Freunde. Einen Oktopus haben wir. Wir haben hier so ein Heftchen. Wir haben hier so eine Rose. Wir haben ein Baguette. Wir haben hier Zofu. Wir haben hier eine Klorolle. Wir haben hier eine Möhre. Und das wär's schon tatsächlich. So, dann kommt das hier hin. Dann haben wir hier noch eine Pizza. Dann haben wir hier noch das Bild. Und eine Blume. So, dann kannst du erst mal zur Seite gehen. Ihr könnt beide wieder gehen, so. Ihr habt einen super Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt aber jetzt wieder gehen. So, Freunde. Ach, komm weg damit mit dem Müll. So, das Ganze stellen wir mal ordentlich hier in die Reihe hin. Oder was sagt ihr? Ja, das machen wir doch mal. So, das Ganze packen wir mal ordentlich in die Reihe. Freunde, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Glaubt es mir. Noch das Bild und die Blume. Und zwar müssen wir jetzt bestimmte Produkte in einer Reihenfolge Narin in die Hand geben. Und sie lässt uns Crumpets herzaubern. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch klappen wird. Wir fangen mal an mit der... Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Blume und der Brille. So. Ich muss hier einmal die Blume in diese Hand geben und die Brille in die andere Hand. Und? Ja, Freunde. Es klappt. Es werden einfach Crumpets hergezaubert. Also, schau mal. Hier ist ein Tierchen. So ein kleines Crumpet. Das ist einfach hier. Wie cool ist das denn? Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Und dann kommt jetzt... Also, jetzt kommt die... Das... Mann. Ich kann nicht mehr reden, weil es so cool ist. So, das Bild mit der Brille kommt jetzt erstmal weg. Das packe ich mal nach links. Jetzt können wir aber noch die Blume in der Hand halten. Und wir packen jetzt den Oktopus in die andere Hand. Und, Freunde, ein weiterer Crumpet kommt raus. Wie cool ist das denn? So, diese beiden Produkte brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir Pizza. Aber die Pizza muss ausgepackt sein. Und die Rose in der anderen Hand. Und ein weiteres Crumpet kommt raus. Und guck mal, das hat so einen coolen quadratischen Kopf. Das sieht echt cool aus, oder? Sieht ein bisschen aus wie ein Puppet. Ja, Freunde. So, die beiden Sachen kommen jetzt auch weg, tatsächlich. Weil die haben wir jetzt auch schon benutzt. Kommen wir zur weiteren Sache. Und zwar braucht es jetzt das Baguettstück oder das Baguettbrot in der Hand. Und das Heft in der anderen Hand. Noch ein weiteres Crumpet. Wie cool ist das denn? So, die beiden Sachen kommen jetzt auch weg, weil die haben wir jetzt auch schon benutzt. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Wir haben noch vier Produkte hier. Und zwar geben wir jetzt das Tofu in die Hand und die Karotte in die andere Hand. Und einfach ein süßes Gemüse-Crumpet. Wie cool ist das denn? So ein Gemüse-Crumpet hat so Gemüse und Tofu auf den Kopf und ist grün. Also das ist richtig, richtig süß, Freunde. Das ist richtig süß. Und wir haben jetzt noch die letzten Produkte. Und zwar das Klo-Papier in die Hand. Und der goldene Kuschi in die andere Hand. Cool, oder? Cool, oder, Freunde? So, ich sortiere euch doch mal die Crumpets hier hin. Oder ich packe euch doch mal die Crumpets hier in die Reihe hin. Das sieht doch richtig, richtig cool aus, oder, Freunde? Also die Crumpets sehen ja richtig, richtig, richtig cool aus. Schaut mal, wie cool das aussieht. Ey, ganz ehrlich, also das ist ein sehr, sehr cooler Live-Effekt. Freunde, ich teste noch mal kurz was aus, ob vielleicht noch andere Crumpets rauskommen. Wenn man andere Reihenfolgen reinmacht, aber, nee, anscheinend, seht ihr? Ancheinend kommt doch nicht. Also man muss diese bestimmte Reihenfolge haben, sodass bestimmte Crumpets rauskommen, weil sonst könnte man ja beliebig alles mögliche machen, aber nee. Also so einfach ist es nicht. Aber, Freunde, wenn es noch paar, ähm, paar Optionen gibt, die Nari, also wo Nari noch mehr Crumpets herzaubern kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieses Live-Eck-Video heute gefallen hat, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Lasst es mich auf jeden Fall auch mit einem Daumen hoch wissen. Und, Freunde, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, äh, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und, Kanal, Kanal aktivieren und Glocke aktivieren? Claudia, Moment, ich bin schon, ich bin schon so überwältigt von den Crumpets, dass ich das nicht mal mehr denken kann. Natürlich Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, einen netten Kommentar da lassen, Daumen hoch da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Live-Eck-Video. Bis dann, ciao!